Ach nee, wie hübsch, aber schade um das schöne Geld. Wenn wir morgen wieder abreißen, dann schmeißen sie all die schönen Blumen in Ascheimer. Ja, bitte. Wer ist da? Eine Dame. Und ihr Name? Kein Name. Eine Dame ohne Namen. Na, dann lass ihn mal kommen. Ach, das wird Ihnen schon noch leid tun, dass unser Gaspir hier nun zu Ende ist. Na, wenns. Bitte, was kann ich für Sie tun? Frau Struwe. Na, bitte, Lese. Das ist aber mal eine Überraschung. Ne, da wird sie sich aber freuen. Die ganzen vier Wochen, Tag für Tag, hat sie da drauf gewartet, dass Sie mal eingucken. Aber nun haben wir da schon gar nicht mehr dran geglaubt. Tja, leider kann ich ja nicht immer so, wie ich will. Bitte setzen Sie sich doch. Oh, Mann. So. Über ein Jahr habe ich die DER nun nicht mehr gesehen. Ich bin ja so stolz, dass sie das so weit gebracht hat. Ja, die Impresarios, die sind ja... Na, die Direktionen, die reißen sich doch geradezu um sie. Und nun, wo sie hier in Hamburg so Furore gemacht hat, da hat sie den großen Vertrag für Amerika gekriegt. Sie will also wirklich rüber? Ja. In sechs Wochen, da schippern wir schon über den Atlantik. Hätte ich gewusst, dass die DER in solche Karrieren macht, dann hätte ich doch nie wieder geheiratet. Aber vor fünf Jahren, als ich meinen zweiten Mann kennengelernt habe, da stand ich als Witwe doch ganz ohne Geld und alles da. Wenn ich ihm damals erzählt hätte, dass ich eine Tochter habe, die beim Varieté ist, dann wäre aus der Hochzeit doch nie was geworden. Ja, weiß Ihr Mann denn gar nicht, dass Sie eine Tochter haben? Ja, das schon. Aber ich habe ihm erzählt, dass sie bei entfernten Verwandten in Kanada lebt. In Kanada? Tja, meine gute Elise. Da habe ich ein schönes Zuhause, ein Leben ohne Sorgen. Aber wenn ich meine Tochter sehen will, dann muss ich mich heimlich hierher schleichen. Da haben Sie eine Tochter und haben doch wieder keine. Tja, so ist das. Ich meine, mein Mann hat ja auch eine Tochter mit in die Ehe gebracht. Die lebt nun in einem Internat. Ich habe sie ja auch gern, aber das ist eben doch nicht die eigene Tochter. Also, die Vorstellung, die müsste nun eigentlich zum Ende sein. Ach, da, hören Sie, das Publikum, das ist ganz begeistert. Meine Tochter, Sie, wissen Sie was? Das Beste ist, Sie gehen nur erstmal nach nebenan und warten, bis ich Sie wieder reinrufe. Ja, warum? Na, als Überraschung. Oh, ja. Nee, 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 nee. Lachen Sie sich mal in keine Umstände, mein lieber Herr Graf. Das ist ja so sehr furcht von Ihnen, dass Sie mir meine Tasche nach oben getragen haben. Aber nun, Elise, nimmst du dem guten Mann bitte die Tasche mit meinem Smuck an. Es ist eine große Ehre für mich, dass Sie mir Ihre kostbaren, preziosen anvertraut haben. Ja, ja. Also, wenn Sie mir versprechen, dass Sie es nicht weiter sagen. Nicht als der Schmuckstücke ist echt. Also nicht wahr. Also, Sie würden mir eine große Freude machen, wenn ich den falschen Schmuck gegen echten eintauschen dürfte. Und alles bloß, weil Sie mich als Künstlerin verehren. Sicher, aber auch die schöne Frau. Ich würde mich freuen, wenn auch bei ihr so pö, ja pö, ein freundschaftliches Gefühl wachsen würde. Na ja, dann soll ich Ihnen also für echten Schmuck falsche Gefühle vorspielen, was? Nee, 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 mein lieber Herr Graf. Dann trage ich lieber falschen Schmuck und spanne mir meine echten Gefühle für jemand anders auf. Tut mir leid, aber ich muss Sie bitten, zu gehen. Wir haben doch alle Hand zu besorgen. Ich gehe nämlich morgen früh auf Reisen. Wo soll die Halse denn hinbringen? Oh, das sag ich nicht. Sie, genau dort wollte ich auch hin. Wenn ich Sie einladen darf, mit mir zu fahren, ich hab einen wunderbaren Rolls-Royce. Vielen Dank, auch da muss ich Nein sagen. Ah, tschüss. Ja, denn... Tschüss. Nicht zu glauben, immer das Gleiche. Sonnalter Esel. Elise, auch heute Abend, da hast du was verpasst. Was haben sich die Leute gefreut? Na, du wirst dich aber auch gleich freuen. Ich hab nämlich eine große Überraschung für dich. Du? Was denn? Nun lass mich doch nicht auf glühenden Kohlen sitzen. Ist was angekommen? Ach ja, da ist was angekommen. Was ist das denn? Das sag ich nicht. Wo steckt das? Hier drin. Oh, Mutter. Mutter, du bist hier. Der, ich krieg ja gar keine Luft mehr. Darauf kann ich nicht aufpassen. Das ist die gerechte Strafe dafür, dass du dich so wenig um mich gekümmert hast, du Raben-Mutter. Ach, Dern, du weißt doch, dass... Ja, ich weiß ja, das liegt nicht an dir. Hauptsache ist, du bist hier. Ach, gut siehst du aus, Mutter. Hast du einen Kaffee? Ja, gern. Elise, hast du noch einen für uns? Gern. Ohne Milch und Zucker? Oder schwarz? Schwarz. Schwarz. Ach, du bist noch hübscher geworden. Ach, Dern. Viel zu hübsch für dieses Ekelpaket von Mann, das du geheiratet hast. Spricht man so über sein Steve, Vater? Du kennst ihn doch gar nicht. Ganz egal. Ich bin sowas von gallig. Wie gern würde ich ihm mal ordentlich die Meinung sagen, diesem Herrn Stadtranz-Trube. Was bildet er sich denn eigentlich ein? Ich bin doch nicht irgend so ein hergelaufenes Tingeltangelschlittchen. Ich bin nun eine der bekanntesten deutschen Tänzerinnen. Und wenn ich hier im Varieté arbeite, dann doch bloß, weil die am allerbesten bezahlen. Ich weiß aber, wir leben nun mal in Elmshorn. Und du weißt, er ist im Stadtrat und hat auch den einen oder anderen Ehrenposten. Und er ist Präsident vom Verein zur Aufrichtung gefallener Mädchen. Und zweiter Mann vom Keuschheitsbund. Und du, Mutter, bist die beste und feinste Frau von der Welt. Mal mit keinem bisschen Courage. Sonst hätt's meinem lieben Herrn Stiefvater schon längst die Wahrheit gesagt. Ach, Dern. Letzte Woche hab ich's doch erst wieder versucht. Da war doch das Bild von dir in der eleganten Welt. Als Libelle. Das war süß, ne? Süß sahst du aus. Ich hab es ganz zufällig beim Buchhändler auf dem Bahnhof gesehen. Und? Na, beim Frühstück hab ich dann so ganz nebenbei zu ihm gesagt, guck mal, ist das nicht ne aparte Person, diese Tänzerin Yvette? Was hat er gesagt? Oh, er war bös fühlend über das Kostüm. Und die Frau von seinem Bruder erst, die Frau Geheimredin. Sie hat sich gleich hingesetzt und einen Brief geschrieben. Hat sich bei der Bahn beschwert, dass so ein Schweinkram auf dem Bahnhof verkauft wird. Ist ja nichts zu glauben, arme Mutti. Du tust mir wirklich leid. Wer ist es bloß geschafft, dass du mich hier besuchen kannst? Ach, das war ganz einfach. Mein Mann musste zum Sittlichkeitskongress hier nach Hamburg. Ach, guck an, der ist auch in der Stadt? Ja, und da bin ich ausgeknüpfen, hab den nächsten Zug genommen und bin auch hierher gefahren. Wir bloß hoffen, dass ich ihm nicht irgendwo über den Weg laufe. Mutter, wir leben hier doch nicht auf dem Dorf. Ja, bitte? Du, ich freu mich so sehr, dass du hier bist. Einen Augenblick, bitte. Mr. Allison ist unten. Bulli? Er fragt, ob du einen Augenblick Zeit für ihn hast. Na klar, er soll raufkommen. Ja, sie lässt, bitte. Bulli, wer ist das denn? Das ist ein ganz treuer Verehrer. Hat sich partout in den Kopf gesetzt, dass ich seine Frau werden soll. Seit zwei Jahren reist er hinter mir her. Und jeden Abend, wenn meine Nummer an der Reihe ist, dann ist er pünktlich da. Und ist mein Gastspiel dann zu Ende, dann kommt er, das ist so sicher wie das Arme in der Kirche, angedackelt und fragt, wann ich denn endlich ja sag. Der arme Dackel. Oh, Stackel. Ja, manchmal tut er mir wirklich leid, der gute Bulli. Aber wieso Bulli? Ich hatte doch mal eine Bulldogge. Die. Die war so was von eifersüchtig auf alles, was näher an mich rangekommen ist. Ganz egal, ob das nun Hund oder Mensch war, dass sie alles weggebissen hat. Genauso macht er das auch. Come in, please. Good evening. Oh. Meine Damen. Guten Abend, Bulli. Darf ich vorstellen? Mr. James Allison, meine Mutter. Die Frau Mama! Oh, ich bin sehr gefreut, Sie lernen zu kennen. Oh, pardon, pardon. Sie lernen zu kennen. Ganz meinerseits, Bulli. Oh, Entschuldigung, Mr. Oh, das macht nichts. Sagen Sie ruhig, Bulli. Das hören ich sehr gern. Das sei denn, ihr einzigen lieben Wort, was mir Ihre Tochter gegeben hat, seit unserer Bekanntschaft. Take Platz, please. Danke. Das sei mir übrigens sehr angenehm, dass Sie sein da, denn ich habe zu machen, eine kleine Frage an Ihre Tochter, wovon Sie beide werden sein, sehr übergerascht. Geht er dann wieder los? Miss Yvette, wollen Sie werden meine Frau? Sie werden es nicht glauben, lieber Bulli, aber ich habe fast geahnt, dass Sie mich das heute fragen. Und was sagen Sie dazu? Es tut mir wirklich furchtbar leid und ich habe Sie richtig gern, aber... Sie sagen nein. Ja. Sie sagen ja? Nein. Sie sagen nein. Sie können mir kongratulieren. Wozu? Ich habe es eben bekommen von Ihrer Tochter meine 25. Kiste. Kiste? Korb. Was? Sie meinen Korb. Ich meine Korb. Schade, es ist eine Jubiläum. Es müssen werden gefeiert. Da will die beiden Damen einladen, seine kleine Zuffie. Ja, was meinst du, Mutter? Also der nicht, weiß nicht. Sie kommen mit, Schwiegermama. Schwiegermama? Sie werden es ja doch. Ich habe Zeit. Ich kann warten. Ihre Tochter wird schon sagen, nein, es darf es. Ja, schon möglich. Aber vielleicht einem anderen, was? Oh, das wäre nicht sehr klug, man sieht ein bisschen mehr, denn ich bin eine sehr gute Boxer. Ich wurde diesem Kerl zerbrechen alle von uns in die K-K-K-K-Laibe. Und das machen Sie mit einem zerbrochenen Mann. Ja, da hat er recht. Also gut, holen Sie uns in zehn Minuten ab, ja? Wir machen uns derweil fertig. Komm, Mutter. Bitte, ich weiß nicht mal, was ich anziehen soll. Na, du siehst doch wunderschön aus. Ich habe nicht mal einen Abendmantel mit. Dann kriegst du eben einen von mir. Bis gleich, Bulli. Bis gleich. Oh, Entschuldigung. Was wollen Sie? Eh, pardon, ich wusste nicht. Ich wollte nur... Sie wollen zum Essie weg? Allerdings, das haben Sie richtig erwartet. Wer sind Sie und was fällt Ihnen einfach ein, so zu kommen hier rein? Ich wollte dem gnädigen Fräulein nur diese Blumen überreichen. Das werde ich Sie besorgen. Geben Sie her. Was erlauben Sie sich? Ich werde mir, Sie wird sagen, eine alte Pavian war da. Und da stehen Sie sich. Wunderschöne Blumen hat er gebracht und Sie wird sagen, wunderschöne Blumen, wo sind Sie geblieben? Und ich werde sagen, die Blumen, die habe ich an die Wand geschmeißt. Und verschiebt. Und die alte Pavian habe ich gejagt für die Städler hinaus. Mein Blumenstrauß. Und wenn Sie nicht sofort machen, dass Sie hier verschwinden, dann sehen Sie gleich aus wie Ihre Blumenstrauß. Also nicht zu klar. War hier einer? Ein alter Affe mit Blumenstrauß. War der schon wieder da? Ich habe ihn an die Wand geschmeißt. Was, den Affen? So, den Blumenstrauß. So, und jetzt gehe ich bestellen eine Box für die Sophie. Für ihn reichen. Ach Gott, wo soll's. Und reich ist er auch noch. Ja, bitte. Was? Wer ist da unten? Äh, äh, Augenblick mit dem. Äh, äh, Mumman? Ibert? Ibert! Ja, was geht's denn? Weißt du, wer mit dir sprechen will? Keine Ahnung. Dein Steve-Vader? Was? Herr Stroven? Der ist hier im Theater. Ja, was der von dir will. Na, das ist doch klar. Er hat rausgekriegt, dass Mutter hier ist. Ja, aber er weiß doch gar nicht, dass du ihre Tochter bist. Da hast du recht. Das wäre sonderbar, was? Ich muss auf jeden Fall mit ihm sprechen. Ich lasse bitten. Ja, sie lässt bitten. Das ist ja komisch. Komisch. Ja, aber deine Mutter, die ist doch nebenan. Sollen wir ihr denn nicht lieber Bescheid sagen? Na, bloß das nicht, sonst trifft sie noch der Schlag. Geh du mal rein und pass auf, dass du uns hier nicht in die Quere kommst, ja? Und sag ihr, das geht ja ums Geschäft. Mein amerikanischer Manager ist hier, oder so? Manager, ja. Und du, du ziehst hier schnell was anderes an. Na, warum das denn? Na, ich denke, der hat so einen Sittlichkeitsfimmel. Oh Gott, da hast du ja recht. Komm, wir suchen was raus, was ein bisschen weniger Hals freilässt. So was habe ich gar nicht. Aber ich. Einen wunderschönen guten Abend. Oh, niemand da. So sieht also die Rückseite von so einem Lotterladen aus. Na, schön. Oh, Buxbombe. Er hat mir gerade noch gefehlt. Du sag mir, Strube. Äh, was hast du eigentlich mit mir vor? Wir fahren als Delegierte von Elmshorn zum Sittlichkeitskongress nach Hamburg. Wir gehen da aber nicht hin, nee. Du schleppst mich hier ins Varieté. Ich mein, ich hab mich ja allerbestens amüsiert. Was? Ich hab mich wohl verhört. Amüsiert hast du dich. Ja, du vielleicht nicht. Ich? Ich hab mich aufgeregt. Moralisch. Hast du mir das denn nicht angesehen? Nee, grad andersrum. Hier, bei dieser, bei dieser Tänzerin, dieser schmucken Yvette, da hast du nach jeder Nummer wie verrückt geklatscht. Ich? Jawohl. Ach, das hast du ganz und gar verkehrt verstanden. So hab ich gemacht. Ich hab meine Hände über den Kopf zustande geflogen. Dass es so etwas gibt. Ja, aber warum hast du denn immer Bravo, Bravo gerufen? Ich hab nicht so Bravo, Bravo gerufen wie die anderen. Ich hab gemeint, Bravo, Bravo. So weit sind wir also gekommen, dass die Tänzerin halbnackt auf der Bühne rumhopsen. Bravo. Ja, aber hör mal. Weggeguckt hast du aber nicht, ganz und gar nicht. Hier, hast das Ufernglas ja gar nicht mehr von den Klüsen gekriegt. Aber nur, damit ich ganz genau studieren kann, wie weit sie mit ihrem schamlosen Tun noch geht. Dann hast du auf diesem Gebiet heute ja fast deinen Doktor gemacht. Aber sag doch, wieso willst du denn jetzt auch noch persönlich mit ihr sprechen? Ich will ihr die Meinung sagen, ihr die Leviten lesen. Und ich will sie zurückführen auf den Pfad, wo Tugend noch zählt. Und wenn ich sie an der Hand nehme, dann wird sie diesen Pfad auch finden. Überhaupt werde ich von jetzt an all meine Arbeit, all mein Streben ganz nach Hamburg verliegen. Ja, hier ist noch was los. Bei uns in Elmshorn das bisschen sittenlose Getue, das ziehe ich ja gar nicht. Aber hier, das ist was anderes. Hier kommt man aus den Igitt, Igitt, Igittsagen gar nicht mehr raus. Na, da bin ich ja gespannt, was die Schmucke Ivec dazu sagt, dass du sie bekehren willst. Ja, das werde ich dir dann alles später erzählen. So, wiedersehen. Wiedersehen, Struwe. Ja, hm, hm. So, den bin ich los. Du willst mich wohl loswerden? Was ich der Dame zu sagen habe, das kann ich ihr nur unter vier Augen, ohne Zeugen sagen. Und dann, einer von uns muss ja auch zu dieser Versammlung. Und du als Kassenwart und Protokollführer. Ah, na gut, ich lasse dich allein. So, meine Güte, hat der aber wirklich oft eine endlos lange Leitung. Und gib ihr tüchtig Bescheid. Ja, ich kann es dich drauf verlassen. Und noch was. Achtung, hier in der Großstadt ist das Pflaster ab und zu sehr glatt. Pass auf, dass du nicht abrutscht. Nee, nee, ich pass schon auf mich auf. Ich nehme mir Taxi. Ja, sehr gute Idee. Er ist ja ein guter Kerl, aber manchmal geht er mir doch ziemlich auf die Nerven. Also, ich möchte das in unserem Ziel. Ein Tropfen ohne Toilette, das zieht sie gleich ins Bett. So, nun sollen wir doch erst mal einer drauf kommen, dass ich sozusagen der oberste Tugendwart von Emshorn bin. Nun kann sie kommen, die süße Puppe, wenn ich bloß auch ein paar Blumen für sie hätte. Ach, die Blumen. Guten Tag. Konkurrenz. Gott sei Dank, der Bullenbeißer, der ist weg. Den Blumenstrauß werde ich ihm ganz schnell ablosen. Wer ist denn das denn schon wieder? Was wollen Sie hier? Äh, pardon, ich hatte nur die Absicht. Ihre Absichten kenne ich. Mit welchem Recht kommen Sie über ein Reichesdiefel? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin, äh, Graf Rolls-Royce. Aha, ja, er will sich wichtig machen, na, varte. Baron Mercedes. Auch eine feine Marke. Ja, sehr schuldig, was schaum. Hier haben wir eine Blumen. Ach, ist mir das. So, nun, sieh zu, dass du hier die Kurve krass, du alter Nussknacker. Also, was haben Sie da eben gesagt? Nuss und Knacker. Und nun knack ab, du alte Nuss. Unterschämt. So, Blumen hätten wir nun auch. Nun kann sie kommen, die schmucke, süße Yvette. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Ach, das macht doch nichts. Na nun, die sieht ja aus wie eine von der Heilsarmee. Na nun, der sieht ja aus wie ein Papagei. Darf ich fragen, was ich für Sie tun kann, Herr Strubel? Äh, ja, das lässt sich nicht so einfach. Also, was ich sagen will, ist... Die Sache ist die. Äh, da ist doch hier in der eleganten Welt ein Foto von Ihnen drin. Das sind Sie doch. Ja, ja. Ach, und als ich das gesehen habe... Da sind Sie ganz wild geworden, was? Wie kommen Sie denn darauf? Na, wegen all der Sachen, die ich nicht anhabe. Aber so ist es nun mal in meinem Beruf. Jetzt sehen Sie ja, wenn ich nicht auf der Bühne tanze, dann bin ich ganz anders. Ja, das sehe ich. Ich lebe bloß für mich und für meine Kunst. Ist wahr? Sie können sich sicher vorstellen, wie häufig mir die Männer auf den Hacken sitzen. Aber bisher habe ich Ihrem Werben immer ausweichen können. Ach, kick mal an, das ist ein Schönschild. Bitte. Ich meine, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Da bin ich ganz platt. Ich meine, wenn man Sie so auf der Bühne sieht... Was? Sie haben mich tanzen sehen? Ja, heute Abend! Sie gehen ins Varieté. Ja, warum denn nicht? Und ich habe mich großartig amüsiert. Haben Sie nicht gesehen, wie toll ich geklatscht habe? Und da haben Sie nicht Gift und Galle gespuckt? Na, warum soll ich denn Gift und Galle gespucken? Na ja, wegen meiner Kostüme. Ich meine, als Libelle. Da hatte ich doch ein bisschen viel, nicht? Ach, seht ihr mal, bei uns in Elmshorn, da haben die Libellen gar nichts an. Also, mir fehlen die Worte. Ich habe mir von Ihnen ganz anderes Bild gemacht. Wieso? Sie kennen mich doch gar nicht. Ja, ich meine, eben, als ich hierhin kam, da habe ich mir gedacht, oh, das ist meine feine Persönlichkeit, so ein Stadtrat oder sowas. Das bin ich. Ein Mann mit strenger moralischer Richtschnur, so ein Obermatter vom Südlichkeitsverein. Das bin ich ab und das haben Sie mir sofort angesehen. Das ist ja kolossal. Und? Hat nicht recht. Ja, also bei uns in dem Zorn, da bin ich ja sowas wie der oberste Sittenwächter. Aber wenn ich ab und zu in der Bahn sitze und mich da verdünnisiere, abhaue aus meiner muffigen kleinen Stadt, dann bin ich ganz fidel und lustig. Und wenn ich dann so wie heute Abend unter vergnügten Menschen im Varieté sitze, vor mir eine schöne Flasche Rotwein, und über die Bühne, da schwebt dann so eine entzückende junge Frau wie sie, dann grünte mir der alte Adam so richtig durch und da habe ich mir einen Ruck gegeben und habe sie mir gesagt, die DL muss ich kennenlernen und da bin ich. Und deshalb sind Sie hergekommen? Äh, ja. Und ich habe gedacht, Sie... Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, dass ich jetzt einfach... Auf was, ich freue mich doch, dass wir uns kennenlernen. Ja? Ja, ich könnte mich kringeln vor Lachen. Jetzt machen Sie sich über mich lustig. Ach, gar nicht. Ich kann doch sogar alles gut verstehen, was Sie mir eben erzählt haben. Ja. Wissen Sie, wie Sie mir vorkommen? Na. Das gibt da so ein Spielzeug für kleine Kinder. Eine Holzkiste mit einem Teufelchen drin. Der möchte so gern raus aus der Kiste, kann aber nicht, denn er hat einen Deckel auf dem Kopf, der ihn mit Gewalt runterdrückt. Aber da braucht bloß mal irgendjemand auf den richtigen Knopf drücken. Dann springt der Deckel auf und der kleine Teufel hüpft raus. Ja, kenn ich, kenn ich. Und Sie meinen, ich bin auch so ein kleiner Teufel? Genau so. Sitzen Sie in Ihrer dunklen Kammer mit keiner Luft und keiner Sonne da drin. Runtergedrückt von all den Duckmäusern und Spießern um Sie rum. Stimmt, stimmt. Beim Brett vom Kopf. Aber da braucht bloß mal irgendjemand auf den richtigen Knopf drücken und schwupps ist er da. Der wahre Jakob. Ja, ja, und ich danke Ihnen auch, dass Sie bei mir mal auf den richtigen Knopf gedrückt haben. Ähm, wo wir gerade von Knöpfen reden. Sie sind so zugeknöpft. Ach, so zugeknöpft bin ich sonst gar nicht. Voilà! Oh, hau, 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 das ist ein Böx. Gefall ich Ihnen? Ja, Sie sehen aus, zum Anbeißen, darf ich Ihnen ein paar Blumen... Die sind ja wunderschön, die müssen doch ein Vermögen gekostet haben. Das habe ich ganz günstig gekriegt. Also, ich sage von Herzen, das. Wissen Sie, ich habe wirklich ein Mehr von Blumen bekommen heute, aber über Ihre, mein lieber Herr Struwe, da freue ich mich am meisten. Ist wahr? Ja. Dann, äh, können Sie mir vielleicht eine kleine Freude machen und sich revanchieren? Womit denn? Na ja, wo, wie wir uns ja nun so gut verstehen und wo wir beide uns auch so, schon so schön rausgeputzt haben. Wie wäre es denn, wenn wir darauf, dass wir uns kennengelernt haben, eine schöne Flasche Sekt aufmachen? Ach, wenn ich das bloß ein bisschen eher gewusst hätte. Nur habe ich schon eine Einladung zum Coupé angenommen mit einem guten Bekannten. Ach, den schicken wir allein zu Bett. Na, Sie sind mir ja vielleicht einer. Also, Mutter wird da bestimmt nichts gegen haben. Mutter, was ist denn für eine Mutter? Meine Mutter. Ach, eine Mutter haben Sie auch? Kann man ja wohl nichts gegen tun. Heutzutage hat ja jede anständige Menschen eine Mutter. Ich hatte auch mal eine. Stellen Sie sich das bloß mal vor. Fast ein Jahr habe ich Sie überhaupt nicht gesehen. Und rein zufällig kommt Sie gerade heute und besucht mich. Ich freue mich da schon drauf, wenn ich Sie mit ihr bekannt machen kann. Passt du auf, denn ich setze sie glatt auf den Moor. Also, wenn Sie sich so leicht erschrickt, dann lassen wir Sie doch lieber weg. Ich meine, das wollen wir einer alten Frau doch nicht antun. Oh, so alt ist die gar nicht. Die würde Ihnen gut gefallen. Ja, wie alt ist sie denn? So um die 50. Ach, den Jahrgang habe ich zu Hause auch. Ich habe mich so darauf gefreut, den Abend mit Ihnen allein zu sein. Aber ich bin noch nie mit einem Mann allein zum Soupé gegangen. Einmal bis keinmal. Na, Ihnen kann man ja einfach nichts abschlagen. Also, einverstanden? Einverstanden. Ich stelle bloß noch schnell die Blumen ins Wasser. Ja. Bin gleich wieder da. Meine Güte, ist das ein süßer Schnuckel. Und dann ist sie auch noch ganz verrückt nach mir. Ach, Wuppchen, nur bitte. Gut, dass Sie noch da sind. Da ist die alte Nusskindergall ja schon wieder. Ich habe sie doch eben jetzt rausgeschmissen. Das war eine Frettheit. Das ist mir heute schon mal passiert. Ja, und warum stehen Sie denn hier immer wieder auf der Matte? Sie haben mir meinen Blumenstrauß weggenommen. Ja, das kam mir ganz gut zu passen. Also, ich will ihn ja auch bezahlen. Gut, denn ist das was anderes. Ja, was hat er gekostet? 3.000 Mark. Was? Wir haben Sie wohl nicht mehr alle 3.000 Mark für die Papiermüll? Quatsch. In den Blumenwein geht's wie mit einem teuren Brillantring. Was? Für Fräulein Yvette als Beweis, wie sehr ich Sie verehre. Wie kommen Sie dazu, der Dame solche Geschenke zu machen? Wie kommen Sie dazu, mir mit Gewalt die Blumen wegzugrapschen? Ja, da wäre auch wieder recht. Ich will auf der Stelle mein Geld haben. Ja, aber 3.000 Mark, so viel habe ich doch nicht bei mir. Dann lasse ich Sie von der Polizei abholen. Nein, 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 nein. Ich lasse mir doch nichts klauen. Machen Sie doch mal halb lang. Das war doch nur ein kleiner Spaß. Gar nicht witzig. Ich will auf der Stelle meinen Ring wieder haben. Ja, nun gehen Sie erst mal raus. Warten Sie draußen. Ich kriege das schon hin. Gut, ich warte. Aber nur eine Viertelstunde, nicht länger. Sonst hole ich die Polizei. Das ist ja eine schöne Tasse Tee. Womöglich lande ich noch hinter schwedischen Gardinen. Aber vielleicht hat sie den Ring ja noch gar nicht gefunden. Nein, 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 mein lieber Herr Struwe. Also das ist nun wirklich zu viel. Sie verwöhnen mich ja. Wieso? Na, erst die wunderschönen Blumen. Und als ich sie ins Wasser stelle, da finde ich da dieses kostbare Präsenz zwischen. Sie hat ihn schon gefunden. Wunderschön. Was für eine Überraschung. Ja, können Sie wohl laut sagen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass in den Blumen auch noch was versteckt war. Ich auch nicht. Ich muss Ihnen diesen Ring wieder erfreuen. Und dass Sie auch noch wissen, was ich leiden mache? Äh, ja, also, ich mache Ihnen gar nicht leid. Aber Sie haben ihn doch selbst ausgesucht. Ja, 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 das, das wohl. Aber nun, wo ich Ihnen an Ihrer entzückenden kleinen Hand sehe, nein, der macht einen großen Fuß. Geben Sie her. Dann ist er ja auch ganz sogar verkehrt. Warum das denn? Ich habe dem Juwelier extra gesagt. Für die linke Hand und nicht für die rechte. Nein, doch, das ist doch ganz egal. Nein, 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 ist das nicht. Also in sowas, da bin ich eigen. Geben Sie ihn schon hier. Och, was, ich war Heidi. Wissen Sie, ich habe noch niemals von einem Mann ein Schmuckstück angenommen. Aber bei Ihnen, mein lieber Herr Suwe, da mache ich gerne eine kleine Ausnahme. Ach, was ist denn für ein Glück, das? Sie haben mir so eine große Freude gemacht. Wissen Sie, was Sie dafür bekommen? Ja, mindestens drei Monate. Mein Bild als Libelle mit Widmung? Ehrlich? Ja. Für 3000 Mark ist das ja direkt geschenkt. Wunderschön. Also, Sie wollen diesen Ring absolut behalten? Ja, natürlich, was fragen Sie das denn in einer Tour? Ich muss es ja nur wissen. Oh Mann, der alte Nussknacker. Ich bin sofort wieder da. Bitte? Ein komischer Kauz. Elide, hol ab, komm mal gar rein. Was wollte er denn? Das wirst du gar nicht so wissen, Rie. Na, ist dein amerikanischer Manager endlich weg? Ach, das war gar nicht mein Manager. Weißt du, wer eben hier war? Na, wer denn? Herr Stadratztrube. Mein Mann? Ja? Ich hab ja gewusst, dass es schief geht. Der ist ja bis dem ganz schön geordnet, hier umgesprungen. Och, das kann ich eigentlich nicht sagen, nö. Ja, weiß er denn nicht, dass du... Gar nichts, weißer Mutter. Ja, was wollte er denn von dir? Ja, warum ist er denn überhaupt hierher gekommen? Ach, ich kann's mir schon denken, er war so gallig über das Bild in der eleganten Welt. Da hatte er wohl ganz schön die Leviten gelesen, was? Ja, ich hab wirklich ordentlich was von ihm abgekriegt. Aber wartet's nur ab, ihr beiden. Wir zwei, wir werden doch die allerbesten Freunde. Und wisst ihr, wo ich in den Urlaub hinfahre? Na, wo denn hin? Nach Helmshorn. So, die zehn Minuten sind vorbei, darf ich bitte? Oh, lieber Bulli, Sie kommen genau richtig, aber es tut mir furchtbar leid. Sie müssen Mama allein zum Soupé führen. Oh, und ich war schon so gefreut. Und Sie? Ich gehe mit einem anderen Herrn aus. Was? Mit Herrn Peters Trube. Nun schlägt's dreißen. Sorry, Mom, ich werde diese Strubelpeter zerbrechen, alle Bones in die Leibe. Brav sein, Bulli. Geh's mit meinem Mann aus. Mit der Erdi? Ja, wo wollt ihr denn hin? Zum Sittlichkeitskongress. Was? Also bitte, reichen Sie Mama den Arm, ja? Oh, please. Okay, darf ich bitte? So, da sind Sie wieder... Oh, viel vergnügen, ihr beide, und amizieren euch gut. Sind Sie dieser Strudel? Strubel! Wir sprechen uns noch. Ja, später vielleicht. Brav sein, Bulli. Okay. Wer war das denn? Das ist ein guter Bekannter. Nein, nein, ich meine die Dame. Das? Das war meine Mutter. Oh, sehr elegant und schick. Ja, sehen Sie, sowas krieg ich in Hems Horn nie zu sehen. Schnell, meine Stole. Den alten Nussknacker habe ich schön reingelegt. Der wollte unbedingt meinen Namen und die Adresse wissen. Habe ich ihm die von Buchsbong gegeben. Und? Also, ich wäre dann soweit. Ich auch. Herr Stadra. Gledigste, darf ich bitten? Danke. Danke. Ich habe hier ein Pott mit Bohnenstallt und ohr ein Pott mit Brie. Denn Lord, ich frie und Bohnenstallt und tanz mit Marie. Denn Lord, ich frie und Bohnenstallt und tanz mit Marie. Wer auf ein Vorsamm verfahren, schallt mit Brie. Was ist mit, wer, wenn? Ganz ob wir denn in diesem Sittenstränkhaus... Die Herrschaft, die sind doch verreist. Stimmt. Das ist die Gelegenheit, das müssen wir ausnutzen. Ja. Kommen Sie, Anna. Und wenn Mari nicht tanzen kann, denn it's a shape of pain. Denn trägt sehr lange Kleider an, denn ist das nicht umsehen. Wer will, wo dann noch Badenschall? Wer will, wo dann noch hin? Wer will, wo dann noch... Ach, die Frau Geheimrat! Ich dachte, die wär weg? Och, nö! So, hat sie den Dreh-Orgel-Heini-Beske hier. Nun zieht er weiter. Alte Meckertante ist sie. Die geht einem ja fürchterlich auf die Nerven, die alte Fregatte. In einer Tour, da hat sie was zu quengeln. Und überall, da steckt sie ihre Nase rein. Sogar in meine Privatsachen. Immer wenn ich ihr das Frühstück bring, dann krieg ich von ihr ne Lektion, wo im Leben überall Gefahren für uns unverheiratete Mädchen lauern. Und im Keuschheitsbund. Da soll ich auch rein. Aber da steht mein Bräutigam davor. Vater und Mutter lassen sich auch von ihr rumkommandieren. Du liebe Zeit, wenn die mitkriegt, warum ich auf einmal nach Haus gekommen bin. Ja genau, Fräulein Lotte. Was ist denn überhaupt passiert? Ich wusste ja gar nicht, was ich sagen sollte, als sie gestern Abend auch mal mit Sack und Pack vor der Tür standen. Ach Anna. Aber sie dürfen mich nicht verraten. Warum sollte ich denn? Rausgeschmissen haben sie mich. Aus dem Säziliensdift? Ja, stellen sie sich das bloß mal vor. Oh ne, wie gemein. Ja nicht? Was haben sie denn ausgefressen? Ach, die Direktorin, die alte Schreckschraube. Wie den Büchskrägen hätt sie mich. Wie den Büchskrägen? Ja, abends, im Park. Ja, aber da ist doch nichts bei. Na ja. Ich war nicht allein. Fräulein Lotte. Ach Anna. Sie haben doch auch den liebsten. Sie müssen das doch verbringen. Na klar doch. Da verstehe ich eine ganze Menge von. Wir haben uns doch so lieb. Aber diese alten Angstganztanten, die passen ja auch wie Schießhunde. Darum haben wir uns immer heimlich im Park getroffen. Vorgestern Abend bin ich auch wieder. Ohne, dass sie was gemerkt haben aus dem Fenster raus. Er ist über die hohe Mauer in den Park geklettert. Und grad als wir uns küssen und die Arme fallen, das Ding auf einmal die alte schattet vor uns. Ach du Christi-Motten. Was sagen sie denn bloß ihren Eltern? Vor allem Vater. Ich hab ja so Angst vor ihm. Und denn erst die da hinten. Ich mach da gar nicht dran denken. Anna! Wo sind sie denn? Und es gibt sie dann zuhause. Da ist sie schon. Was sag ich denn jetzt bloß? Anna! So, doch, doch, doch. Hallo, Tante Erna! Charlotte, du bist da? Ich meine, du bist hier und nicht da? Ja, ich bin hier. Das ist eine Überraschung, nicht? Ja, aber wie kommt das denn, dass du mitten im Semester nach Haus kommst? Ja, das ist nämlich so bei uns im Internat da. Masern! Masern. Bei uns im Internat haben sie auf einmal alle die Masern gekriegt. Masern? Ja, stell dir das bloß mal vor. Hm, also das tut mir ja leid. Was meinst du, wie mir das ist leid, wo ich doch so gern da bin? Hm, ja, ja. Ist ja auch wunderschön dann. Vor allem dieser wunderbare Park. Ja, hab ich auch immer die meiste Freude. Na ja, ich will hoffen, du tust alles, damit die Frau direkt und mit dir zufrieden ist. Och, ihr freut sich eigentlich immer, wenn sie mich sieht. Guck los. Sag doch mal, Anna, ist denn mein Schwager noch gar nicht wieder zurück? Nee, Herr Stroube, der ist noch nicht wieder da. Hm, das ist ja gediegen. Ich denke, ich fahre das zum Kongress nach Hamburg. Na ja, aber dieser Kongress ist ausgefallen. Was? Ja, ja, ja. Hier, das ist doch hier alles im Blatt. Hm? Ja, wo haben wir das denn hier? Wie, Frieden, ja, zu einem Reißmann. Hier, also, der Kongress der Liga für Sitte und Moral, welcher gestern am Saal des Hamburger Atlantik-Hotels tagen sollte, wurde in unverantwortlicher Weise von gewissenlosen Elementen gesprengt. Als der Präsident, Herr Professor Zickendrier, die Versammlung eben mit einer feierlichen Ansprache begrüßt hatte, stürmte ein Trupp junger Leute in den Saal und warf eine Anzahl von Stinkbomben unter die entsetzten Teilnehmer, die fluchtartig den Saal verließen. Stinkbomben? Oh, nee, wie gemein. Nein. Aber Papa? Ja, 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 dann geht ja noch weiter. Wie sich nachträglich herausgestellt hat, galt der Angriff einer politischen Versammlung, die zu gleicher Zeit in einem anderen Raum des Hotels da fand. Sieh an, Schürrle und Svino, du rückst doch noch. Das ist ne stinkfeine Gesellschaft. Wo ist denn nun eigentlich deine Steve-Mutter? Ist die auch noch nicht von ihrer Reise zurück? Nee, soviel ich weiß, musste die gnädige Frau noch zu ner kranken Tante von ihr. Hm, das ist ja zu dumm, ne? Gerade heute wird mir das gut passen, wenn deine Eltern da wären. Ja, ja, nun, Graf von Bergstedt will mich besuchen ja unser verehrter Schirmherr. Ja, da muss ich doch zumindest ein paar Kanapés anbieten, ne? Was bloß Kanapés? Na ja, das muss genügen. Wir können ja auf jeden Fall was vorbereiten. Ja, ach, ach, das wär ja schön. Ja, denn, ne, wenn ich doch die Sorge schon mal vom Hals, ne? Ja, dann muss ich auch noch ein bisschen was besorgen, ne? Ja, ja! Und wer schafft uns die Olle vom Hals? Vielleicht kann ich sie ja mit Masern anstecken. Ja, ja! Lodde! Fried! Lodde! Fried! Oh, Gottes Willen, wo kommst du denn her? Oh, guten Tag, ich bin Fried. Anna! Wenn dich hier jemand sieht! Ach, keine Bange, ich schläg doch schon eine halbe Stunde ums Haus rum, ne? Hab doch gesehen, dass keiner da ist! Und einfach wärst du meiner Tante in die Arme gelaufen! Die alte Dame? Die alte Dame, die gerade weg ist? Gott sei Dank wird meine Eltern verreist. Na also! Aber wenn nun jemand kommt! Keine Angst vor dein Worte! Ich pass schon auf! Draußen! Du süßer Schmetterling! Oh, mein Schnurrkack! Oh, du rumpelst ja! Ich bin doch so ordentlich runtergerasselt! Wo denn? Ja, von der Mauer im Park, als ich ausgebüxt bin! Oh, du armer Stackel! Dann suchst du auch ein Küsschen für! Oh! Oh, Gottes Willen! Was hast du dir denn noch alles verknackst? Oh, frag mal lieber nicht, ne? Warum bist du überhaupt hergekommen? Ja, na hör mal! Ja, das ist doch meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, ne? Ja, ich kann mir doch vorstellen, was diese alten, vertrockneten Spinatwachtel, was die für ein Puhai machen werden! Sie werden doch alle über die Heer verhalten werden! Uh! Aber ich halte schützend meine Hand über Diefen! Weißt du? Ich werd' mich einfach vor deine Eltern hinstehen und werd' ihnen sagen... Uh! Ob ich das mal mit Essig-Sauber-Tonierne versuchen soll? Was? Hä? Ich mein', ich werd' ihnen sagen, ich hab' ihre Tochter lieb und möcht' gern um ihre Hand anhalten! Fred! Du bist ein Held! Hau! 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 Du hast ja noch einen Onkel. Ich hab' doch bloß noch einen Onkel und dem hab' ich einen kleinen Brief geschrieben, wo ich ihm alles drin gew HEISTEN habe und wenn der mich da sagt... Wann, dann, dann, dann renn' wir einfach durch... Jawohl! Unsere Liebe kann nichts und niemand aufhalten! Nichts! Wann bloß, von der Mauer werde ich meinen Lebtag nicht wieder runterspringe! Oh, Leute Ihr P ettter kommen grade von ner Bahn! Hau! Erfretot mit den einzigen Gefallen und verschwinde hier! Ihr habt ihr da durch den Garten. Er darf sich erstmal nicht sehen. Er hat ja noch keine Ahnung, aber ich muss hier bleiben. Gut, also. Fried, hoch! Achso, ja. Gut, ich... Ich gehe denn jetzt nicht. Das ist mein Fried. Oh, ich komme wieder. Oh, mein Schnurrkater. Du süßer Schmetterling. Oh, nee. Das ist ja ein drolliges Paar. Ach, die Liebe, die ist doch wunderbar. Schönen guten Tag, Herr Starath. Ein Tag, der auch für Sie nur Gutes bringen soll, Anna. Schön, dass Sie wieder da sind, Herr Strubel. Ich freue mich auch. Wenn man so aus Hamburg zurückkommt, direkt aus St. Liederlich, Sie glauben ja gar nicht, wie gut es tut, die reine Luft von Elmshorn in sich aufzusaugen. Wo ist meine Frau? Ach, das wissen Sie ja noch gar nicht. Die gnädige Frau, die musste doch zu einer kranken Tante von ihr. Was Sie nicht sagen. Ist gleich nach Ihnen weg. War sonst noch was? Nö. Nur heute Morgen, da war Herr Buchsbohm hier. Aber der guckt später noch mal wieder rein. So, so. Ist meine Schwägerin im Haus? Nö. Die Frau Geheimrat, die ist gerade eben weggegangen. Gott, sei Dank. Ach, da ist Herr Buchsbohm ja schon wieder. Na bitte, dann kommen Sie doch rein. Äh, da. Ja, ich bin gleich wieder weg. Ja. Na, Buchsbohm. Ja, tsch, 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 tsch. Was guckst du nicht denn in einer Tour um? Ist ja jemand hinter dir her. Bist du allein? Ja, ganz allein. Und, und sie? Ist auch nicht da. Ich muss was mit dir beschnecken. Oh, das ist mir ganz genannt. Na, du. Das heißt, eigentlich wollte ich dich um großen Gefallen bitten. So, so unterfreunden. Ja, nimm, sag doch schon. Kannst du mir 3000 Mark pumpen? Wofür brauchst du denn so viel? Ja, das ist nämlich so. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das dir erklären soll. Aber du darfst nicht gleich schlecht von mir denken. Buchsbohm, was hast du denn wieder angestellt? Struwe, alter Freund. Ich habe in die Vereinskasse gegriffen. Buchsbohm, wie konntest du? Ich bin, ohne dass ich das wollte, auf den glatten Pflaster der Großstadt ausgerutscht. Du, wie hast du das denn hingekriegt? Ja, du weißt doch noch, wo wir uns zuletzt gesehen haben. Ja, bei der Tänzerin. Ja, richtig. Und danach wolltest du doch gleich zur Versammlung. Ich habe mich auch gleich auf den Weg gemacht. Ich bin also den Steinamm längst und bin schon fast am Hauptbahnhof. Da sehe ich da eine Gruppe von Herren, die da in ein Haus reingehen. Aha, denke ich so bei mir, da ist das denn ja wohl. Ja, hast du die Herren gekannt? Nee, denen konntest du aber ansehen, dass sie auch vom Lande waren. Und hast du mal irgendjemanden gefragt? Ja, natürlich. Das stand so ein großer, ständiger Kerr vor der Tür mit einer feinen Uniform und Admiralshut auf. Den habe ich gefragt. Entschuldigung, bin ich hier richtig? Ich gehöre nämlich zum Vorstand vom Verein zur Aufrichtung gefallener Mädchen. Da hat er gesagt, ja, gehen Sie mal nach oben. Die anderen sind schon da und die Mädchen auch. Und dann bist du nach oben gegangen? Ja. Und oben kam mir dann ein Kellner entgegen. Den habe ich dann gefragt, ob er mich zum Präsidenten, na ja, zu Zicknundreier bringen kann. Da sagt der, der ist heute ausnahmsweise nicht da, aber vielleicht kommt er ja noch. Gehen Sie mal rein. Ja, und du bist dann reingegangen? Ja, da war vielleicht was los. Musik haben sie gemacht und getanzt wurde auch. Da schien mir das fast so ein bisschen so, dass ich vielleicht doch nicht im richtigen Lokal war. Das scheint mir schon lange so. Am liebsten wäre ich ja Stunt-EP wieder umgedreht, aber das war mir so peinlich. Die Leute, die guckten mich schon an und machten Spiegel. Na ja, da habe ich dann eine Flasche Wein bestellt. Ich war noch gar nicht wieder am Tisch. Da sitzt da schon so eine vornehme Dame neben mir und sagt, na, Min Lütten, du bist wohl nicht von hier. Hä? Nee, sorry, ich bin von Elmshorn. Da jungt sie hoch und auf den Stuhl und ruft durch den ganzen Saal, Kinder ist der Onkel aus Elmshorn, ist da. Und jetzt ging das erst richtig los. Die Musik spielten Tusch und Bums, Batz, sind da ein paar Dutzend Mädchen um mich rum und alle böllten sie. Es lebe der Onkel aus Elmshorn. Guck mal an, ich habe ja gar nicht gewusst, dass wir in Forna in Hamburg in so hohem Ansehen stehen. Und gleich standen auch ein paar Flaschen Sekt auf dem Tisch und alle stoßen sie mit mir an. Ja, da musste ich doch mitmachen. Und dafür hat sich der Verein nun nach Hamburg geschickt. Ja, ich dachte, das wäre doch mal eine gute Gelegenheit, die Leute mal anzustoßen, für mehr Sittlichkeit zu sorgen. Ja, und den hast du auch mit allen Leuten mal angestosen. Ja, so doll habe ich meinen Lebtraum noch keinen im Timpen gehabt. Wie ich, wer da zum Hotel gekommen bin, weiß ich bis heute noch nicht. Aber Huxburg, das hat doch keine 3000 Mark gekostet. Nee, das Geld habe ich für ganz was anderes gebraucht. Ich wach gestern Morgen mit meinem dicken Kopf auf, dass der da so ein Kerl in Diener Livree vor mir und sagt, er soll 3000 Mark bei mir abholen für den Brillantring. Ja, du hast gut lachen. Aber stelle dir doch mal meine Lage vor. Ich versuche, ihm das zu erklären. Sie müssen sich versehen. Ich weiß von nix. Da krakeet er los. Sind Sie Herr Hinrich Buchsbaum? Ja oder nee? Ja, bin ich. Ja, also sagt er, dann machen Sie keine fiese Matenten. Sie wissen genau, dass Sie den Ring der Frau geschenkt haben. Also raus mit den 3000, sonst hole ich die Polizei. Und da hast du ihm das Geld dann gegeben. Ja, was sollte ich denn machen? Kann ja sein. Und ich habe in meinem Doom-Nest wirklich einen Ring verschenkt. Pucksbaum. Die soll sich was schämen. Vielleicht war das ja auch alles Lug und Betrug und der Kerl hat mich reingelegt. Nee, das stimmt. Ich meine, das stimmt mich ganz traurig, dass ich sowas mit dir erleben muss. Und eigentlich sollte ich dich nicht auch noch in Schutz nehmen, aber weil du das bist, ich pumpe dir das Geld. Ja, Ostrube, du bist wirklich ein Freund. Ich habe mir schon solche Sorgen gemacht. Und dann dieser Katze. Ja, mir war gestern den ganzen Tag ganz kattelig zumutig. Darum hast du mich ja auch nicht auf dem Kongress gesehen. Was denn? Du warst auch nicht da. Was denn? Du auch nicht? Nee, ich hatte was Besseres voraus. Was denn? Ah, nun, wo du mir alles gebeichtet hast, sollst du auch zu wissen kriegen, wo ich mich rumgetrieben habe. Machst du auch mal einen? Na, jetzt könnte ich einen gebrauchen. Ja, sag mal, ist dir denn auch was mal lört? Nein, ganz im Gegenteil. Du weißt doch noch, diese schmucke Tänzerin, die wir im Varieté kennengelernt haben. Diese schöne Yvette, die du wieder auf den rechten Weg bringen wolltest. Ja, aber das ist ganz anders gekommen. Sie hatten mich auf den richtigen Weg gebracht. Ach nee. Ach ja, Prost. Meine Güte, ich habe ja gar nicht gewusst, dass ich mein ganzes Leben in so einer kleinen Kiste gesessen habe. Was? Ja, also zusammengestaucht habe ich da drinnen gesessen mit dem Deckel auf dem Kopf. Was für ein Deckel? Aber dann hat sie einmal bei mir auf den richtigen Knopf gedrückt und da war auf einmal da, der alte Isaac. Wer? Ja, einer aus der Bibel war das. Jakob, der wahre Jakob. Also ich weiß nicht, was erzählst du mir denn da für Sachen? Meine Zeit, ich wusste ja gar nicht, dass ich auf meine alten Tage noch so einen Schlag bei Frauen habe. Hm, du? Ja, ich war ja ganz fertig. Aber, ich meine gut, ich bin ja noch risch und knackig, ne? Aber dass so eine Frau, so eine junge Frau, so eine schnuckelige Frau noch auf mich fliegt. Die Tänzerin? Ja, das hättest du mal erleben sollen. Du, souper haben wir miteinander ganz am Trinanou. Oh, wirklich? Ja, wenn ich dir das doch sag, du, die ist ganz verrückt nach mir. Weißt du, was sie immer gesagt hat zu mir? Mein Moppelchen. Mein Moppelchen? Ja, ach, du und du sind wir auch schon. Dann hast du aber auch einen kleinen Kuss gekriegt. Ne, da wollte sie noch nicht drauf abfahren, aber sie hat mir fest zugesagt. Wenn wir uns wiedersehen, dann kriech ich einen. Und wir sehen uns bald wieder, noch ehe du das vermutest, mein Moppelchen. Oh, Strube, du bist ein Glückspin. Anna, ist mein Schwager da? Meine Schwager. Ja. In Salon. Nein, nein. Ja, was will doch bestimmt von uns wissen, was bei dem Kongress rausgekommen ist. Ach, der werden wir schon irgendwas erzählen. Wir sind auf fünf die Kongressen gewählt. Sollen wir das gleich gehen? Ach, das sind ja unsere beiden Delegierten. Sag auch, Herr Buchsfrau. Oh, Herr Helm. Fällt alles nach unten. Hier, sag mein lieber Schwager. Guten Tag, Anna. Ja, ich hab schon ganz schibrig auf euch gewartet, dass ihr retourkommt. So krieg ich doch endlich Bericht von den Leuten, die da selbst mit bei waren. Ja. Bei dem, was da in Hamburg passiert ist. Aber was ist denn da passiert? Der Bezielt schon. Ja, also, an und für sich war das alles so, wie das auf dem Programm stand. Als das losging, meinst du? Ja, vor allem, als es losging. Da hat der Dienstag, der Vorsitzende, wie heißt er denn? Ja, du meinst Professor Zickendreher. Ja, genau. Also, Zickir schnappte ich so eine große Bimmel, ungefähr so ein Karbensmann. Stroh, wenn du jetzt übertreibst, du aber... So? Nein, ja. Ich krieg aber so noch nur ein bisschen. Ja, ja, ich hab... Weiter, weiter. Ja, es ist doch schietig, egal wie groß die Bimmel war. Halt uns doch nicht auf mit so einem Pimmelkram hier. Also, der Präsident hat ein paar Mal gebimmelt und hat, bis alle Leute gehört hatten in den großen Sorn mit dieser kleinen Bimmel. Ja, ja, ja. Und dann kam die Begrüßung. Ja, das war eine schöne Rede. Ja, ja. Eine Ansprache, die ans Herz ging. Ungefähr so. Meine Damen und Herren, seien Sie mir herzlich willkommen in den Kirchenschen-Büchern und die Geträne mit den Backen runtergelaufen. Peterle, lass mich doch gar nicht wissen. Was war denn, als die Leute auch mal in den Saal gestürmt sind? Das war vielleicht ein Sturm. Oh, was sag denn du? Die sind ja gestürmt. Was hat die bloß? Tja, was weiß ich denn? Naja, ich mein, da gab's doch bestimmt ein großes Puhai und Turken-Anna. Wieso? Ja, die Saal, diese Leute, die in dem Saal waren, die waren doch gewiss verbastet und verballert. Ach, die Geschichte, meinst du? Ja, da war ich grad mal nicht im Saal. Ich musste mal raus für kleine Jungs. Ich denk doch, alle Leute sind rausgegangen. Nee, so viel Platz ist ja nicht auf Klo. Das muss ja schrecklich gewesen sein, die Sache mit den Bomben. War eine Bombensache. Ich mein doch, was die Bomben angerichtet haben. Das sage ich dir, die haben vielleicht mit den Bomben. Man kann sich aber mit den Bossen essen. Und es ist ja, es ist ja, es ist ja einfach nicht zu glauben, so eine harmlose Versammlung einfach so zu sprengen. Ja, das ist auch was. Ja, ich bin es also schon vorher raus aus dem Saal. Ja, ich hatte die Nase gestrichen voll, aber hier, Buchsbaum, der hat das alles mit, erzähl du mal was. Was soll er denn groß erzählen? War doch Fallerabend auf der Versammlung. Schlusspunkt aus. Gott sei Dank. Darum. Ja, als ich wieder zurückkam in den Saal, war ja kein Mensch mehr da. Aber woher warst du das alles? Das ist ja wirklich alles in der Zeitung. Ach so, du Dös, komm das nächste Mal nicht so die Zeitung. Was? Oh, oh, ich, ich muss euch noch was erzählen, wo ihr euch tüchtig überfreut werdet. Also, Graf von Wirkstich, Wirkstich, ja, der gibt uns die Ehre und will uns heute besuchen. Ja, ja, ich hab ihn, auch in deinem Namen zum Essen eingeladen. Da bist du noch in Eifersland, Peter Land. Ja, das ist ja auch eine große Ehre für mich. Wer ist das denn? Na, hör mal, dass das nur einer von den ältesten vorkommt von unserer Bewegung. Ja, er kommt das erste Mal nach Emshorn. Ja, und es ist eine große Auszeichnung für unseren Verein. Ja, ich, ich will mal schon eben nach oben gehen, nicht, und mir so ein paar Worte zurechtlegen, wo ich ihn denn mit begrüßen will, nicht? Ich will aber nicht gestört werden. Nein, wir werden dich bestimmt nicht gestört. Also, mit Klaas von Bergsteam gibt uns die große Ehre. Ja, 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 wenn ich da noch an den Abend mit dieser wunderschönen Tänzerin denke, das war vielleicht toll. Trubel, was ist denn mit, mit den, mit den 3000 Mark? Ach so, ja, 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 kannst du gleich mitnehmen, ich hole dir das Geld eben aus dem Gipschirm. Das darf hier aber niemand Spitz kriegen. Nee, am besten ist, du wartest draußen in der Laube, ich bring dir das. Das ist gut. Ich warte in der Laube. Auf mich? Äh, nein, auf mich. Auf Sie? Das Trubel. Ja, ja, nicht auf mich, auf das Geld. Was? Geld kriegt er da auch noch für? Anna, was soll denn so ein Unsinn? Also was wollen Sie denn? Draußen steht eine junge Dame, die möchte ja mit Ihnen sprechen. Aha, und wie heißt sie? Das wollte sie mir nicht sagen. Sie meinte, das sollte eine Überraschung sein. Ja, also eigentlich bin ich nicht so viel Überraschung, aber jetzt haben Sie mich neugierig gemacht, also lassen Sie sie mal. Ja. Ach, so, der Stabler, 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 und ich hab Eis, und ich hab Eis, und ich hab Eis, und ich hab Eis. Ich hab mal ein Moppelchen. Was wollen Sie denn hier? Dass wir uns so schnell wiedersehen, das hättest du wohl nicht vermutet. Nee, 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 alles, aber das nicht. Oh Mann, wenn Sie hier jemanden sieht. Ja, wo darfst du denn hin, mein Moppelchen? Moppelchen? Wenn das einer hört, bitte, bitte, tu sie mir den altesten Gefallen und hauen Sie wieder ab. Sie? Warum saßt du denn noch einmal wieder Sie zu mir? Sie haben doch gestern in Hamburg abgemacht, dass wir uns duzen wollen. Ja, das war ein Hamburg. Wie sind Sie bloß, haben Sie die Apfelzwatsche Idee gekommen, hier rein zu platzen? Na hör mal, du hast mir doch in den Ohren gelegen. Wir müssten uns ganz nötig wiedersehen und da hab ich mir gedacht, ich überrasch dich mal. Ja, haben Sie ja vorhin hingekriegt. Ich glaub, du freust dich gar nicht. Aber natürlich freue ich mich. Sehen Sie mir das denn nicht an, wie ich mich freue? Ich hab gedacht, du springst in die Luft. Mach ich. Mach ich auch gleich, wenn Sie wieder weg sind. So, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, in zehn Minuten geht ihr zu. Na, ich denk ja gar nicht daran, ich fahr noch nicht gleich wieder weg. Ja, warum denn nicht? Ich will hier Urlaub machen. In Enshorn? Ja. Für wie lange? Vier Wochen. Und alles bloß deinem Wegen, mein Muppelchen. Struwe, was ist denn nun? Ich dachte, du wolltest mir auch entschuldigen. Ja! Oh! Das, 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 das ist doch... Ja, das ist sie. Die Tänzerin? Ja. Und die hast du hierher kommen lassen? Ja, bin ich ja verrückt, die ist schon ganz allein gekommen. Ach du, ach du grüne Kruzfurst. Das wird ja noch besser, sie will auch hier bleiben. Ja, 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 das geht nicht. Da hören Sie das, da hören Sie das, mein Freund sagt auch, das geht nicht. Das ist dein Freund. Na, willst du ihn mir da nicht vorstellen? Ja, ich, ich heiß, ähm, Bux, Bux, ich hatte schon mal das vergeben, ich hab sie schon mal in Varieté gesehen. Aber das darf ich natürlich nie mehr zu wissen kriegen. Warum denn nicht? Und die fragt dann doch, warum nicht? Die war wohl noch nie in Enthorn. Tja, ich wollte schon längst mal kommen, aber bisher ging das ja nicht. Aber jetzt, wo ich dich kennengelernt hab, da geh ich ja auch so schnell nicht wieder weg. Ach du liebe Zeit! Jetzt habt ihr doch gesagt, die ist ganz verrückt nach mir. Also, ich find Enthorn ganz niedlich. Na, Herr Bux, Bux? Bum, Bum. Wie wär's denn? Haben Sie nicht Lust und promenieren ein bisschen mit mir durch die Straßen und zeigen mir alles? Zeig ihr, wo der Bahnhof ist. Ich, ich hab leider gar keine Zeit, aber hier mein Freund Moppelchen. Zu dem ist das nicht möglich. Ehe geh ich in der Badehose in Jungfernverein. In Hamburg, da warst du vielen Latter zu mir. In Hamburg kennt mich auch kein Schwein. Aber hier, ich bin, ich bin Stadtrat, Vorsitzender vom Keuschheitsbund. Eine, eine Säule der Tugend und, und, und Moral. Ja, wenn die Leute mitkriegen, dass die Säule einen Knacks hat, dass ich mit einer Tänzerin vom Varieté rum posiere, dann kann ich auswandern. Du übertreibst du aber mein Moppelchen. Ich hab ne Frau, ich hab ein Kind. Im Glück, dass die zu Hause nicht sind. Dann du nicht auch noch an zu dichten. Was bist du denn bloß mit einmal so komisch? Oh, wir sind bloß in der Armut gefallen. Na, das wäre doch nur wirklich zu uns. zu schade. Ich meine, dann hätten wir zwei Hübschen uns doch gar nicht kennengelernt. Und dann könnte ich dir auch gar nicht den Knutscher aufdrücken, den ich dir versprochen habe. Nein, 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 können Sie behalten. Oh, nein, 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 ich kann mich auch nicht sagen. Was ist so? Was war das? Was war denn? Was das war, möchte ich wissen. Wieso war denn das? Also, ich komm hier rein und du sitzt da mit einer fremden Frau auf dem Schoß. ja, ist da was dabei? Wer ist das Fräulein? Ach, wer das ist, willst du wissen? Sie kann es ja mal raten. Warum sagst du ihr das denn nicht? Wie du? Sie sind mit meinem Schwager auf du und du? Ja, natürlich sind wir das. Ich will doch nicht Sie zu ihr sagen, es will ja noch schöner. Weißt du wirklich nicht, wer das ist? Nee. Ich auch nicht, wenn ihr das ist. Aber ich bin doch seine Tochter. Hä? Schmerz, lass nach. Was? Deine Tochter. Ach, du hast noch eine Tochter, das habe ich doch gar nicht gewusst. Ich auch nicht. Ich meine, die habe ich eben erst gekriegt. Bäh. Sie ist vor zehn Minuten erst hier angekommen. Och, so, jetzt verstehe ich das ja. Na ja, herzlich willkommen, mein lieber Dea. Sie wissen, wer ich bin? Ja, natürlich. Sie sind die Steve-Tochter von meinem Schwager aus Kanada. Wir haben das rausgekriegt. Ach, bitte, ich hoffe, alles auch. Sag mal, immer, warum hast du mir das nicht gleich gesagt, Peterle? Ich wollte mal sehen, ob du davon allein draufkommst. Och, ach so, denn war ja der Kuss vorhin, war ja ganz harmlos. Oh, ja, natürlich. Sonst hätte ich mich das doch nie getraut. Also, die kannst du noch haben. Dann setzen wir uns doch hin. Und gern, Frau Geheimrätin. Tante. Sag doch ruhig Tante zu mir. Tante. Ja, richtig, du bist ja auch, meine Tante. Ach, darf ich dir auch ein Küsschen geben? Oh, warum nicht? Wenn die wüsste, von wem sie den Kuss kriegt, dann trifft sie der Schlag. Sag doch mal, ich bin, hast du denn schon was von unserer schönen Stadt gesehen? Leider nicht. Ich bin vor Bahnhof aus, gleich zum Hotel. Hotel? Aber so eine junge Dirk kann man nicht ganz alleine im Hotel, du schien, ja, nein. Du musst natürlich hier bei uns wohnen, nicht Peterle? Ja, natürlich. Schön. Keine Umstände bitte. Ja, ja. Und wozu haben wir denn unser schönes Fremdenzimmer? Ja, das habe ich ihr hier auch sofort angeboten, aber sie muss ja gleich wieder abreisen, hast du doch zu mir gesagt, ist doch wahr, nicht mein Kind? Du musst in 10 Minuten weg, dann geht der Zug. Nee, Papa, da musst du irgendwas im verkehrten Reis hinlegen. Ja, ich meine, wenn sie schon den weiten Weg über den Atlantik gemacht hat, dann muss sie doch zumindest so lange da bleiben, bis sie ihre Mutter gesehen hat. Ihre Mutter kommt auch noch? Ja! Aber Papa, meine Mutter, das ist auch deine Frau. Ja, ja! Und vor allen Dingen werden wir Angst tun, damit du dich hier wohlfühlst. Liebe Tante, du machst mich richtig froh. Ja, nun kann ich da ja mit rausrücken, ich hatte ja so einen kleinen bisschen Angst vor dir. Ach, wirklich? Das glaube ich gern. Ich habe nicht. Aber nur, wo du so nett zu mir bist, da fühle ich mich hier schon richtig zu Hause. Und ich freue mich auch schon auf all die anderen Verwandten. Ach so, ja, du hast ja deine Steve-Schwestern noch gar nicht kennengelernt. Bist du noch nicht? Ja, die kann sie ja auch noch gar nicht kennengelernt haben, die ist nämlich gar nicht da. Je, tierisch ist die da. Was? Ja, Charlotte! Aber schon wieder was Neues? Sie haben sie, sie haben sie schon eher nach Haus geschickt? Im Internat sind die Masern ausgebrochen. Ich habe gleich die Masern. Aber, du bist schon da? Ja, leider. Ja, siehste, zu uns, sag auch hier dieser jungen Dame eben guten Tag. Guten Tag. Wer ist das denn? Deine Steve-Schwester. Nee, wirklich, wir zwei sind Schwester. Und ich will hoffentlich bald auch gute Freunde werden. Von Herzen werden. Die schlabbert die ganze Familie an. Ich würde gerne mit ihr tauschen. und ich muss ja von Birxley vom Bahnhof abholen lassen. Ja, wir kriegen Besuch. Hohe Persönlichkeit. Und seine Exzellenz wird auch zum Essen da bleiben. Ach, schade, dass nun deine Frau gar nicht da ist. Keine Sorge, liebe Tante, ich bin ja da. Ja, sie ist ja da. Als älteste Tochter werde ich am Mutterskelle den Gast begrüßen. Den bin ich ja beruhigt. Und er erst. Und du Charlotte, du sorgst dafür, dass im fremden Zimmer klar Schiff gemacht wird. Mach ich. Ja, tschüss. Herr Puxbum, Sie können auch zum Essen bleiben. Ich weiß nicht, wenn ich darf. Ja, natürlich. Ich laufe ich muss eben nach Haus und ziehe meinen Braten Ruck an. Also damit, meine Damen ist Druve. Oh! Ja, trink sie's denn. Ja, ja. Ach, ich bin ja sowas von glücklich. Warum denn? Dass der Himmel mir so unerwartete Schwester beschert hat. Ja, das ist ne schöne Bescherung. Ich bin hoffen, dass du hier ein bisschen Leben in den alten Muffstuppen bringst. Darauf kann's ich verlassen, mein Lieber. Auf was hast du denn bloß, mein Moppelchen? Das hat sich aufgemoppelt! Ja, richtig. Du bist ja nun mein Vater. Ja, und wie kommen sie auf die Abedratsche, die uns fliegen, die meine Tochter? Na, hab ich uns beiden nämlich fein aus der Bredouille geholfen. Ja, das hätte ja aber auch schiefgehen können, ne? Die konnten ja nicht wissen, dass meine Frau wirklich ne Tochter von ihrem ersten Mann hat. Wenn die Tochter nun so ein Sohn gewesen wäre, dann söhlt sie aber ganz schön in der Klemme. Hat doch gut geklappt. Dann braucht sie doch bloß mal einer in Hamburg im Vagnetee gesehen haben. Und wie soll das denn angehen bei all den Braten im Zorn an? Die gehen doch nie ins Varieté. Ich hab sie da doch auch kennengelernt. Also, machen sie keine fiese Mandetten und hauen sie wieder an. Ja, ich denk ja gar nicht daran. Ich hab hier meine Pflichten. Was sind für Pflichten? Als deine Tochter. Oh, jetzt fängt die auch noch an und glaubt sie ist meine Tochter. Na, du hast das doch selbst gehört. Wir kriegen Besuch. Ja, merken sie das nicht? Das gibt ein großes Malheur. weismachen, dass sie ihre Tochter sind. Warum denn nicht? Ja, klar, Gott, wenn sie nun nicht wollen, dass sie meine gute Kinderstube vergessen, dann sehen sie es gut, dass sie hier die Mücke machen, sonst Papa, ich hab grad gesehen, der Graf ist eben angekommen. Ach, dass die alte Schabracke mir den auch noch anschnecken. Ich hab dir deinen Gehrock bereitgelegt und dein Gepäck vom Hotel ist auch schon da. Na, wunderbar. Dann zieh ich mich schnell um, dann komm mal mit, meine kleine Schwester. Bis gleich, Papa. Sie bleibt dabei, wenn ich ihr jetzt den Hals umdrehe, krieg ich Freisbruch. Oh, ja, Menschenskind, dass ich das noch erleben darf. Also, Herr Graf. Also, Herr Graf. Seine Exzellenz, wenn ich bitten darf. Danke, danke. Das ist für uns eine große Ehre, dass Sie uns besuchen. Ja, bitte. Danke. Danke, danke, danke. Ja, also, das Anliegen von unserem Keuschreizbund, nicht, den Sie ja mit Worten und Geld unterstützen, nicht, und möchte ich mich auch heute noch ganz herzlich bedanken, ja, das hat ja, das hat ja hier in Elmshorn, in Elmshorn, in Elmshorn, in Elmshorn, da hat es ja tiefe Wurzeln geschlagen, ja, und vor allem, das Haus hier von meinem Schwager ist bekannt dafür, dass hier die Fahne für Sitte und Moral noch höher weht als Anna wäre. Na, das ist ja schön, eigentlich bin ich in einer ganz privaten Angelegenheit hier in Elmshorn, ja, mein Neffe erwartet mich, er wohnt im deutschen Haus, so, apropos, können Sie mir einen Gefallen tun und ihm ausrichten lassen, dass ich hier bin und dass er mich nach dem Essen abholen kann, ja, ich werde da gleich gegen jemanden hinschicken, ja, wenn ich es im Augenblick allein lassen darf, aber bitte, bitte, Frau Geheimrat, so, gerade noch geschafft, was ist das denn nun wieder? Guten Tag, der alte Nussknacker, Sie, Sie, jetzt kommen auch alle Verehrer hier noch hinterhergetan, schreibt, Entschuldigung, besser mal, wollen Sie denn hier, Ihre 3000 Mark haben Sie doch gekriegt, na ja, hat das wohl, aber, wenn Sie sich einpillen, Sie können hier so passieren, Sie sind hier aber auf dem Holzspiel, du Nackbärs, aber, haben wir auch, bringen Sie zu, dass Sie die Kurve, du machen Sie mal auf, raus, da nicht, raus, oh Mann, der hat mir gerade noch gefehlt, nur wo doch jeden Moment ein Graf hier ankommt, war, Sie wollen schon wieder wählen, du liebe Zeit, was ist denn los, passiert, was? Also, Sie glauben ja gar nicht, was ich mir anhören muss, wieso das denn war und von wem denn war? von diesem Herrn Buxbow, den ich zufällig in Hamburg kennengelernt habe. Was, das gibt es? Aber den Kerl wirklich kratzheißen. Da bin ich. Herr Buxbow, ich bin doch nicht zu spät, oder? Sie sind so dreist und kommen hier, nach all dem, was Sie hier angesählt haben. Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Das ist Herr Buxbow? Das ist Herr Buxbow, aber mit mir beiden schnacken, knacken, 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 knacken. Entschuldigung, Exzellenz. Wer ist dieser Herr? Wenn ich Ihnen vorstehen darf, äh, Graf von Piersdäth. Das ist der Graf? Ja. Mein Schwager, Stadtratstruve. Das ist Stadtratstruve? Ja. Sehr unangenehm. Wollte sagen, sehr angenehm. Das meinerseits. den habe ich rausgeschmissen. Ist der Graf schon da? Oh. Entschuldigung. Meine kleine Nichte. Herr Graf? Freit mich? Ich wollte nur sagen, das Essen ist fertig. Schaff mich mit. Ach, Entschuldigung, Herr Graf. Entschuldigung. Eigentlich hatte ich Ihnen eine ganz andere Tischdame zugedacht. Oh, au, au, au. Das läuft schief. Ja, wieso das denn? Die ältere Schwester von meinem Schwager. Na, die kennt er doch vom Parieté. Ist nicht wahr? Die junge Dame ist heute aus Kanada gekommen. Ich habe ihn doch bei ihr in der Garderobe kennengelernt. Ach, du dickes Ei. Entschuldigung. Oh, da ist sie schon. Ja. Graf von Birkstedt. Ich freue mich, dass ich den Herrn Grafen im Hause meines Vaters begrüßen darf. Die Dern hat sie gleich nichts um. Sehr nett. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Nun spielt der das Theater auch noch mit. So, wenn ich bitten darf, zu Tisch. Entschuldigung, die Herrschaft. Aber sie ist gerade eben angekommen. Wer? Na, die gnädige Frau. Oh, Mama. Jetzt geht die Bongo hoch. Na, die wird gucken, wenn sie dich sieht. Ja, meine Schwägerin hat keine Ahnung, dass sie hier ist. Nee, sie hat doch keine Ahnung. Sie hat sie schon jahrelang nicht mehr gesehen. Ja, kann ja so angehen, dass sie sie gar nicht wieder kennt. Das hätte wohl gern was. Na, was ist hier denn los? Mutter! Meine Tochter! Was geht da rumsackeln? Wo hat Vater denn bloß seine Zigarren? Frau Dein Lotte? Was ist denn? Ich muss ihm was erzählen. Was denn? Eben war der Briefträger da mit einem Brief für ihre Tante. Und wissen Sie, wo der herkommt? Doch wohl nicht? Ja, aus dem Zäziliens, ich habe das ganz deutlich gesehen. So schiebt aber auch. Ja, ich wollte ihn ja anlegen. Aber der Briefträger, der wollte ihn partout nicht rausrücken. Das ist wie ein eingeschriebener Brief. Ich habe ihm gesagt, ich kann die Frau Geheimrat nur auf gar keinen Fall stören. Nun will er auf seine Retour will ich nochmal wieder reinkommen. Ach, das ist ja schrecklich. Was mache ich denn jetzt bloß? Oh nee, ich halte es ja drin nicht mehr aus. Zill, 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 zill. Mein Kopf ist wie so ein Bienenkorb. Was suchst du denn da? Deine Ziganen, Papa. Du rauchst? Doch nicht für mich, für euch Männer. Ach, oben im Buffet. Ach so. Mensch, Drohle, was bist'n auf mal ausgebüxt? Hörst du die Bienensumme? Anna? Ja? Wollte mir mal einen Eisbeutel. Einen Eisbeutel? Ja. Also, ich trinke ihn noch durch. Und sei doch nicht so jiddelig. Ja, du hast gut schnacken. Du hast doch selbst gesehen, wie sie sich da oben alle in die Ahren gefallen. Ja, ich fühl mich auch was, wenn mir der Himmel auf den Kopf gefallen wär. Ne Mutter muss doch wohl merken, dass es nicht ihre Tochter ist. Du hast ihn jahrelang nicht gesehen. Vielleicht sieht sie ihr ja ähnlich. Habt ihr denn kein Bild von der richtigen Tochter? Doch, ja. Warte mal, sie hat da noch ein Foto von ihr im Schlafzimmer. Aber das ist noch von der Konfirmation. Das ist doch egal. Na ja, dann werden wir das ja gleich sehen. Ja, na ja. Sie könnte angehen. Ich meine, so ein bisschen, so ein bisschen sieht sie ihr ähnlich. Was meinst du? Ja, du zeig doch mal her. Kinde ich auch, du. Und deine Frau ist darauf reingefallen. Ja, oh, wie schrecklich. Jetzt fangen diese Immen und diese Bienen und alles wieder an. So, hier ist der Eisbeutel. Ja, das wird mir gut tun. Ganz allmählich fangen die Bienen an, sich zu beruhigen. Wissen Sie, wie sie aussehen? Wie so ein Großmuff die... Das habe ich noch nicht in der Wochenschau gesehen. Nachdem wir sie rauskommen, dann sehen sie gleich aus wie Putenfickersee. was ist denn mit dir los? Was du bist zur Zeit nicht momentan? Das ist doch keine Entschuldigung. Als Hausherr stiegt man doch nicht einfach auf und macht sich dünn. Der Graf hat soeben anstoßen lassen. Auf mich? Nee, auf deine Steve-Tochter. Ja, ja, er ist ja ganz hin und weg, nicht? Ja, und ich denke, ich werde auf der nächsten Sitzung von unserem Kohlscheitsbund, da werde ich mal, da werde ich mal den Antrag stellen, dass sie sie in den Vorstand wählen sollen. Wien? Ja, die Steve-Tochter. Oh, jetzt fangen die Bienen wieder nach Tränzern. Liebe Schwägerin, sei mir nicht böse, aber ich muss sie für eine halbe Stunde ins Bett. Fröhliche Ostern. Was ist denn mit dem Lohn? Ich bleibe lieber bei Ihnen. Liebe Tate, komm doch mit ins Herrenzimmer, da warst du eine schöne Tasse Mokka und dich und eine gute Zigarre. Zigarre? Ich höre wohl nicht gut, oder? Pardon. Du weißt doch ganz genau, mein Dirn, dass ich von so einem Giftscheus nichts wissen will. Das ruiniert uns und macht unser Volk ganz krank. Ich bin immer wieder ganz geplättet, liebe Tate, wie gut wir beide uns in allem verstinkt. Oh, schön. Entschuldigung, Frau Geheimrat, aber draußen steht der Briefträger mit einem eingeschriebenen Brief für Sie. Du Gelate, was kann das denn nun schon wieder sein? Ich habe keine Ahnung. Oh, nein. Was ist denn los? Wenn du wüsstest, wenn sie jetzt den Brief liest. Weißt du denn, was da drin steht? Ach, klar doch. Jetzt kommt alles raus. Ja, was denn? Dass sie mich rausgeschmissen haben. Ach, ach, warum das denn? Wegen Fred. Wer ist denn Fred? Lotte. Ich mache Ihnen das so gern. Aber diese alten Stift-Jungfern, die können das nicht verstehen. Das kann ich mir vorstellen. Und als wir uns neulichs im Park geküsst haben, haben sie uns dabei in Flagranti erwischt. Ach, das kann ja wohl nicht angehen. Weil sowas, das stört man doch nicht. Nicht wahr? Und da ist doch auch nichts bei. Unter Verlobten? Ach, guck ab. Verlobten, habt ihr auch schon? Klar, am ersten Tag gleich. Wir wollen ja auch heiraten, aber erst in zwei Jahren. Ach, wenn ich doch bloß den kranken Krakel schon hinter mir hätte. Oh. Charlotte. Weißt du, was hier in diesem Brief steht? Ja, Tante Erna. Nun, wo deine Schwester dabei ist, will ich mir das verkneifen und nicht ganz genau erzählen, was du angestellt hast. Du hast dich also so vergessen und hast dir von einem jungen Mann einen Kuss aufdrücken lassen? Ja, hast du denn in diesem Moment nicht an mich gedacht? Ja. Nee, nee, wirklich nicht, Tante Erna. Du hast da nicht dran gedacht, dass ich das war, die dafür gesorgt hat, dass du auf dieses noble Internat gekommen bist. Aber Tante... Danke, das Land. Dann gibst du es einem einzigen Ausweg aus diesem Malheur. Du musst heiraten. Ach ja? Ja, aber nicht diesen unverschickenen Fischelbengel, der so dreist war und mit deren aus einer ehrbaren Familie um ihre gute Reputation gebracht hat. Nee, das soll ein Mann sein, der im Leben schon seinen Mann gestanden hat. Und das ist Surpot. Äh, Surpot! Apotheker Surpot. Ja, 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 ja. Er hat mir gerade kürzlich im Vertrauen erzählt, er möchte ganz gern wieder heiraten. Guck an! Ja, aber das ist doch ein Witwer mit drei Kindern. Na und? Ach nee, dann werde ich lieber eine alte Jungfrau. Oh, das muss ja jetzt mal der Familienrat beschließen. Ja, ich werde ihn mal gleich heute noch zusammenrufen, wenn der Graf von uns gegangen ist. Bitte! Wenn er wieder weg ist. Sie können das mir ruhig glauben, meine liebe Frau Strufe. Für einen eingefleischten Junggesell, wie ich es bin, ist es ein großes Vergnügen, wenn er mal ein bisschen was von der Harmonie und dem Glück einer netten Familie miterleben darf. Das ist zu freundlich von Ihnen, Herr Graf. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, dass ich noch hierbleiben muss. Ich warte nämlich auf meine Netze. Aber bitte lassen Sie sich nicht dadurch stören, dass ich noch da bin. Nein, Entschuldigung, Herr Graf. Ich habe noch eine Kleinigkeit mit meiner Schwägerin zu besprechen. Ja, aber bitte, bitte. Man zu. Also, wenn wir beiden vielleicht mal miteinander sprechen könnten. Aber gern, Herr Graf. Wenn Sie uns denn eben entschuldigen wollen. Ja, und dauert nicht lange. Charlotte, du kommst mit. Endlich können wir beiden mal allein miteinander reden. Sie waren bestimmt ganz schön überrascht, Herr Graf, dass Ihnen die Tänzerin Yvette hier als Tochter vorgestellt wurde. Das können Sie wohl laut sagen. Ich glaube, ich habe geguckt wie so ein kaputtes Auto. Das stimmt. Ich war ja Biff und Dab. Ich kenne doch meine alte Frau Geheimrat. Ja, meine Tante, die weiß das natürlich nicht, dass ich beim Varieté bin. Ach, darum. Ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen. Nee, ich muss dir das noch in einem ruhigen Moment beipolen. Also, Herr Graf, ich bitte um Diskretion. Versteht sich von selbst. Und wenn da irgendjemand fragen sollte, dann... Ich weiß von nichts. Vielen Dank. Na, das gibt aber auch Zufälle im Leben. Ich meine, dass Sie gerade heute hier in dieses Caf kommen müssen. Das habe ich meinen Neffen zu verdanken. Ach. Ich muss dem Schlingel mal tüchtig die Ohren langziehen. Stellen Sie sich mal vor, schreibt mir der Bengel doch, dass er ein Mädel aus einer guten Familie bös in Verlegenheit gebracht hat. Nein. Ja. Die Eltern wohnen hier in der Stadt. Guck ab. Die Tochter ist jetzt in irgendeinem Stift. So, so. Schreibt mir so ein kleiner Leuchtfuß zu sein. Oha. Na ja, der Junge dann nachts über die Mauer rüber. Hoi, hoi, hoi. Mondschein. Die Sterne funkeln. Ein Küsschen hier. Ein Küsschen da. Wie so junge Leute nun mal sind. Nicht zu glauben. Steigt mir der Bengel doch den Mädels nach. Von wem hat er das bloß? Von mir. Nicht. Nein, nein, nein. Ich werde ihm seine Klettertour bei Mondscheinchen austreiben. Ich werde ihn verheiraten. Das ist eine gute Idee. Ja. Und ich? Ich habe auch schon eine Braut für ihn. Wirklich? Sie haben meine kleine Stiefschwester doch schon kennengelernt. Ja, ja, ja. Die sind nett oder paar. Nicht wahr? Die wäre doch... Allender Best. Die werden ihn an die Karte darin nehmen. Ja. Entschuldigung, Herr Graf. Draußen steht ein junger Mann. Der will zu Ihnen. Zieh an. Da ist er schon. Rein mit ihm. Ja, gern. Ja, dem will ich meine kleine Stiefschwester mal auf die richtige Spur setzen. Und Sie meinen, dass meine Frau dann wird Ja sagen? Also versprechen kann ich das nicht, aber ich will alles tun, was ich kann. Und Sie besachen. Warte ab, mein Junge. Guten Tag, mein Lieber. Guten Tag. Ja, und du weißt ja, was passiert ist. Ich habe dir das ja alles geschrieben. Bis auf den Namen des Mädchens. Was, wieso? Ich denke, du weißt, dass das... Ich weiß nichts. Und ich will auch gar nichts wissen. Ja, aber du bist doch hierher gekommen. Ich bin hierher gekommen. Das ist ein für eine Mal Schluss ist mit deinen fiesen Matenten. Du wirst heiraten. Ach ja. Ach nee. Nee, 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 nee. Nicht wie du meinst. Ja, aber Onkel, das ist meine Pflicht, ne? Aha. Du wirst nie heiraten, die ich für dich ausgesucht habe. Das kann ich nicht. Du bist mein einziger Nettel. Und wirst alles von mir erben. Entweder du machst, was ich dir sage, oder... Ich hab's geschafft. Bravo. Ja, meine kleine Stiefschwester, die hat auch gleich Ja gesagt. Bitte schön, das ist deine Braut. Wer denn? Die soll ich heiraten? Jawohl. Ja, aber das ist doch... Keine Widerrede. Oh, Onkel. Sober hat mich der Teufel nicht gespricht. Was hatte das zu bedeuten? Naja, Sie haben doch selbst gesagt, der junge Mann muss hochnötig heiraten. Ach, nun verstehe ich. Die kleine Lotte ist... Ja, natürlich. Ja, hast du das denn nicht gewusst? Ja, nee. Natürlich nicht. Dann sind Sie bestimmt ganz schön böse auf mich, was, Herr Graf? Auf Sie kann ich doch gar nicht böse sein. Onkel Graf? Wenn ich Ihnen auch ein Küsschen geben darf? Da muss ich drauf bestehen. Und wer küsst mich? Ich will auch mein Vergnügen haben. Und ich kann Ihnen versprechen, dass er nie nicht wieder über eine Bühne Mauer klettern wird. Naja, das kann er ja nun gemütlicher haben. Komm mit, Fred, zu Mama. Ja, bis gleich! Bis gleich! Nun kommen wir beides doch noch näher. Ja, wir zwei. Wir werden sogar miteinander verwandt. Ja, aber dann habe ich sogar einen Anrecht auf einen Kuss. Ich meine, von verwandt zu verwandt. Ja, dann sollen Sie den auch bekommen. Ja? Bei der Hochzeit. Dann werde ich dafür sorgen, dass die Kinder so schnell wie es geht heiraten. Herr Graf, das ist ja eine Überraschung. Ich freue mich so für Lotte. Und ich nicht für meinen Neffen. Er bekommt die schönste Schwiegermutter von der ganzen Welt. So, und nun habe ich mir einen Mocker verdient. Ein Glück. Endlich können wir mal allein miteinander schnacken. Was ist denn nun alles passiert, als ich weg war? Weißt du, Uwe denn nun, dass du meine Tochter bist? Gar nichts, Weißer. Ich habe wirklich alles versucht, ihm das beizubringen. Als du für ihn reingekommen bist und wir beide, wir haben uns hier in den Armen gelegen. Da habe ich gedacht, naja, nun hat er das ja wohl spitz gekriegt. Aber er lässt sich einfach nicht überzeugen. Darum war er bei Tisch so verdattert und hat mich von der Seite angeguckt, als ob er mich was fragen wollte. Dann hilft das nichts, dann muss er das eben von mir zu wissen. Entschuldigung, gnädige Frau, aber der Herr, der mit Ihnen angekommen ist, der will nun nicht mehr länger warten. James Ellison. Bulli? Ja, den habe ich ganz vergessen. Was für den? Lassen Sie ihn reinkommen. Ja, gern. Hör mal zu, mein Dern, der arme Junge tut mir wirklich leid. Er hat mir alles erzählt und er meint es so gut mit dir. Ich glaube, dass er dich wirklich glücklich machen wird. Ich habe ihn auch richtig gern, oder? Na also. Guten Evening, meine Damen. Ich habe zu machen eine kleine Mitteilung. Na, Sie geben es aber auch wirklich nicht auf, was? Oh, vielleicht schon. Ich habe bis jetzt bekommen von Ihnen 25 Korze. Korze. Und ich habe mir nichts gemacht daraus, davon. Aber ich habe mir entschließt, wenn Sie jetzt nicht sagen, Bulli, ich will werden deine Frau, dann nehme ich die nächste Steamer zurück nach Amerika und wir sehen uns nie mehr neben Spinner. Das würde mir aber wirklich sehr leid tun, Bulli. Mir auch. Wissen Sie was? Wir sollten uns mal in Ruhe über alles aussprechen. Wir beide. Allein. Wir beide. Allein? Kommt, sei Bulli. Oh, haben Sie gehört? Ich glaube. Ja, ich glaube auch. Was machen Sie denn da? Ich gebe meine Schwiegermana eine Kiss. Und wenn Big Daddy kommt, dann kriegt er auch eine. Und wer küsst mir? Ja, ich habe meinen Mann noch nicht gesagt, dass meine Tochter beim Varieté ist. Wie, was? Das weiß er gar nicht. Nein. Oh, seien Sie ganz unberuhigt, wenn ihr mich fragt. Ich weiß ihn auch von nichts. Bulli! Kommen! Herr Puffsbohm! Wo kommen Sie denn her? Von Struwe. Er hätte gern frischen Eisbügel. Ja, was hat er denn? Ach, Frau Stattwart, Ihren Mann gefällt mir gar nicht. Er sitzt da drinnen mit einem Kopf voller Bienen. Wie bitte? Mit einem dicken Kopf und grübelt, wie er Ihnen das beibringen soll. Ja, was denn? Ja, also, das ist eine heikle Angelegenheit, aber irgendeiner muss Ihnen ja mal die Wahrheit sagen. Also, das Fräulein, das Sie für Ihre Tochter halten, das ist nämlich gar nicht Ihre Tochter. Doch, doch. Nee, nee. Das ist die Tänzerin Yvette. Die Tänzerin Yvette ist meine Tochter. Ja, ja. Was? Ja. Was, wirklich? Ja. Das muss ich ihm sofort erzählen. Nein, 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 nein. Das soll er von mir selbst hören. Ja, natürlich, aber holen Sie ihm das so ein bisschen vorsichtig bei. Ich meine, wenn er das noch zu wissen kriegt, in seinem Zustand, ich besorge ihm auf jeden Fall noch einen frischen Eisbügel. Nur hilft das nichts. Nun muss ich mir der Wahrheit rausrücken. Wo bleibt Wuchsbaum denn bloß mit dem Eis? Er holt das schon. Ach, du bist da. Ich hab gehört, du bist nicht ganz gut auf dem Dampf. Mädchen, mir ist ganz kodderig. Ich weiß, was dir im Kopf rumspuckt. Ja? Meine Tochter. Aber sie ist doch nicht deine Tochter. Nun hör mir mal ganz ruhig zu. Nee, nun hörst du mir mal zu. Jetzt werde ich dir das alles erklären, solange ich noch mal ein bisschen Verstand zusammen habe. Hier ist der Eisbeutel. Ja. Tsch. Das war mir richtig gezischt. Was wolltest du mir nun sagen? Ja, wie soll ich ihr das bloß beibringen? Vielleicht so. Stell dir mal vor, du hast einen Vogel. Ich glaube, du hast einen. Nein, du. Gut, dann haben wir beide einen. Also gut, dann haben wir beide einen. Und dieser Vogel, der fühlt auf einmal, dass er Mutter werden soll und lebt. Eier. Die liegen nun in seinem Nest. Nun muss der Vogel aber mal verreisen. Zu einer kranken Tante. Und als er wieder zurückkommt, da hat ihm jemand ein fremdes Ei ins Nest gelegt. Was soll das? Ja, nun lass mich doch mal ausreden. Nun kann es doch sein, dass der Vogel das gar nicht merkt. Ich meine, so eine Mutter kann ja nicht alle ihre Eier kennen. Nun glaube ich aber wirklich, dass bei dir da oben irgendwas durcheinander getrunken ist. Nein, 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 nein. Ich bin nur ganz klar im Kopf. Also, was ich meine ist, dass man sich heutzutage auch nicht mehr auf die, sagen wir mal, auf die Stimme des Blutes verlassen kann. Was ich meine ist, diese Deren hier im Haus ist nicht deine Tochter. Natürlich ist sie meine Tochter. Nein, das ist sie nicht. Doch. Ach, Mielchen, dann hilft es nichts. Ich habe sie vor zwei Tagen in Hamburg kennengelernt. Das weiß ich. Ich war bei ihr in der Garderobe. Das weiß ich. Dann ist sie mich hierher achterangereist. Das weiß ich. Das weißt du auch? Ja, und ich freue mich, dass ihr beiden euch so gut versteht. Oh, die Ebenen kann sie ja so ernst werden. Mein armer Strube. Und du hast ja nichts gegen. Ganz im Gegenteil. Ich wäre der glücklichste Mensch von der Welt, wenn sie für immer hier bliebe. Wenn wir drei immer zusammenbleiben könnten. Du, ich und sie. Nimm du den Eisbomber. Ja, wofür. Und du bist gar nicht mal so ein bisschen eifersüchtig? Auf meine eigene Tochter. Aber sie ist doch nicht deine Tochter. Ach, nee. Hello, mit der Strube. Wer ist das denn? Seien Sie mir gegrudelt. Jetzt ist der auch noch hinterhergekommen. Ja. Also seitdem diese Person hier im Haus ist, ist das mit dem Fremdverkehr in den Zorn aber ganz schön vorangegangen. Was wollen Sie denn hier? Ich bin gekommen, Sie zu bitten um die Hand von Ihrer Tochter. Von Lotte? No. Von Missy Vance. Sie ist nicht meine Tochter. Aber gut, gut, dass Sie da sind. So, und nun werde ich dir beweisen, dass sie das nicht ist. Er kennt sie nämlich ganz genau. Und er wird dir bestätigen, dass sie eine Tänzerin von Varieté ist. Stimmt das? Oh no! Missy Vance war noch nie und never by the Varieté. Wie machen Sie mir den armen Schellen noch ganz und dort? Oh, pardon. Ich wollte dich bestören. Gut, dass Sie kommen, Graf Koks. Wir haben uns doch in Hamburg kennengelernt. Bei Yardhoff. Ja, ja, ja. Ich möchte nur, dass Sie mir hier vor meiner Frau bestätigen, dass diese Yvette eine Tänzerin von Varieté ist. Was? Eine Tänzerin? Das ist das Erste, was ich höre. Ich werde hier alles erklären. Bugsbom. Bugsbom. Ich versuche sie zum letzten Mal. Dann wird sich heraussehen, ob ich nur verrückt bin oder eher. Bugsbom. Du bist mein bester Freund. Ein ehelicher Christenmensch, der noch sein Verstand zusammen hat. So gut es geht, ja. Sag du mir, ist diese Yvette eine Tänzerin von Varieté, ja oder nein? Ja. Ja. Und nun das Wichtigste, ist diese Tänzerin meine Tochter, ja oder nein? Ja, also nimm mir das nicht krumm und ich kann Himalaya auch wirklich nichts für, aber sie ist wirklich deine Tochter. Nee. Was hat das so bedeuten? Ich bin auf dem Himalaya-Koll gekleckert. Papa, was machst du denn da oben? Ich bin ein Yeti. Wie siehst du denn aus? Seid vernünftig, komm da wieder runter. Nein, da unten ist es mir zu unheimlich, da kenne ich mich nicht mehr aus. Ich bleibe hier oben auf dem Dach der Welt. Herr Stabra, darf ich mich eben vorstellen? Stellen Sie sich lieber weg, das ist gesünder. Ja, aber ich will doch Ihr Schwiegersohn werden. Schwiegersohn? Aha. Ja, Papa, stell dir vor, wir haben uns gerade eben verlobt. Ja, dann gerade will ich auch. Mein Onkel hat auch schon Ja gesagt. Onkel! Aha. Sie haben doch nichts dagegen, oder? Nee, nee, Kraft Dracula. Aber um das eine möchte ich euch doch bitten, wo ich nun schon bei der Verlobung nicht dabei war und bei der Hochzeit werdet ihr mich vielleicht auch vergessen, aber bei der ersten Kindstaufe, da wäre ich gern dabei. Naja, dann ist ja alles klar. Kommt mal alle mit raus. Was das hat, ich geh. Guten Flugkraft, Herr Belieb. Komm mit, Fried. Vielleicht, vielleicht schließt du dich auch besser an, Wully. Wie, was? Mast du dir auch schon gehen? Ja, aber zum Abendessen, da bist du wieder zurück. Auf Wiedersehen, meine Beloved Braut. Schon bald, Herr Strandbad. Na, wollen wir denn nicht wieder auf die Erde zurückkommen? Ach, mein liebes Fräulein, haben Sie mich denn nun noch nicht lang genug gepiesackt? Wollen Sie denn nun nicht endlich meiner Frau sagen, wer Sie wirklich sind? Aber meine Mutter, die kennt mich doch schon seit ich geboren bin. So, das heißt... Mein Zeitvater, du hast vielleicht eine lange Leitung. Denn dann bist du wirklich... Mutter hat sich doch bloß nicht getraut, dir zu sagen, dass ich beim Varieté bin. Und du konntest dir das so lange mit ansehen, wie dein leibhaftiger Steve-Vater Blut und Wasser schwitzt? Das ist die gerechte Strafe dafür, dass der strenge, moralische Stadtratstrove in Hamburg doch tatsächlich seine Frau betrügen wollte. Hast du deiner Mutter alles erzählt? Natürlich nicht alles. Eher, denn du bist ein Frachtkern. Ihr zwei zusammen, ich freue mich ja so. Herr Lirchen, wie konntest du bloß so eine entzückende, schnuckelige junge Frau, die ich gerade mit so viel, so viel Schmerzen gekriegt habe? Wie konntest du sie bloß so lange von mir verstecken? Du bist mir also nicht böse? Böse? Ach was? Ich könnte tanzen. Puppchen, du bist mein Argenstern. Puppchen. Und was werden all die Braben ins Horner dazu sagen? Oh, um ihn schwächeln. Schwupps, nun sitzt er wieder drinnen in seiner Kiste. Nee, 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 Wir sind wieder unter uns und ich kann da endlich mit rauskommen. Eine Schande wert, wie deine Tochter Charlotte uns angelogen hat. Hat sie das? Ja. Das wundert mich gar nicht. Wieso? Hier in diesem Kaff machen wir doch in einer Tour nichts anderes, als einer den anderen anzulügen. Und warum? Weil niemand den Mut hat, sich so zu geben, wie er wirklich ist. Und wer ist da schuld dran? Du und die anderen Moralfatzke. Ich muss doch bitten. Und du bist der Opa-Moralfatzke. Was? Sogar mein Mielchen hat mich angelogen und hat mir nicht erzählt, dass ihre Tochter eine Tänzerin von Varieté ist. Wedehung. Die Libelle, die dich so in Rage gebracht hat. Das hier, das ist sie. Oh Gott, mir, mir fehlen die Worte. Lieber Gott, gib, dass es so bleibt. Aber ich war ja noch viel schlimmer als mir ein Mädchen. Ach, die ganzen Jahre habe ich so getan, als ob ich auch diesen Moralshimmel hätte. dabei hatte ich oft genug auch mal Lust auf so eine kleine Vietje-Puperei. Und vorgestern, als du mich nach Hamburg geschickt hast, da war es fast so weit. Ich bin nämlich gar nicht auf diesem langweiligen Kongress gewesen. Was? Das ist ja eine Unverschiebtheit. Fuchsborn, wo willst du hin? Ich dachte, ich wollte nicht stören. Du störst überhaupt nicht. Er war nämlich auch nicht da. Oh, Skandal! Ja, wir beiden, wir hatten was Besseres vor, ne? Da, 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 da. kennengelernt, die hat mir so gut gefallen, dass ich sie nach der Vorstellung zum Essen eingeladen habe. Und Blumen hab ich dir geschenkt. Und einen Ring für 3000 Mann. Nee, oh Gott! So, das Geld verarsen, du Christenvormund. Wieso denn? Ich hab' ihn nicht bezahlt, das war Wuchsborn. Ach, ach, so war das. Sehen Sie, ich war da, ich war da gar nicht dabei, denn ich bin unschuldig, ich war da nicht dabei. Nein, du warst um die Ecke vom Hauptbahnhof und Puff! Also, Herr Bumsbum, da krieg ich ja schöne Sachen zu hören. Du, du wirst sofort auf der Stelle all deine Ehrenbahnen abgeben. Ja, kannst die alle in den Tannenbaum hängen. Also, dass du noch mal in so einem Ton mit mir sprichst. Habe ich alles ihr zu verdanken. Sie hat einmal bei mir auf den richtigen Knopf gedrückt und da war er auf einmal da. Wer? Der war der Jakob. Film und da war betruder aus. Wenn du jetzt will, selbst mit verk bertplahnen. Vielen Dank.